So, liebe Messebesucher, vielen Dank im Namen von Mantaio für euren Besuch. Jetzt kommen wir zur spannenden Zielung der Gewinner unserer 10 Tischkicker. Die Bedingung war mindestens ein Tor gegen Chris, unseren Kicker-Weltmeister. Chris the Champ, was sehr, sehr schwer war, aber einige Anstrengungen schafft. Und wir werden jetzt die Zielwoche führen. Unsere liebe Hanna wird die Glücksglä sein und ich werde die Namen vorlesen. Und wir werden schauen, wer denn der oder die Glückliche ist. Schütteln, nochmal schütteln hier. Ach, schütteln, wissen wir es? Schütteln, haben alle gesehen hier. So, Ada, bitteschön. Schauen wir mal. Okay, da haben wir als allererstes den Herrn Alexander Weiß. Hallo. Hallo. So. Als zweites den Nepomuk Kraus. Ich kann es schlecht lesen, aber ich glaube, die E-Mail-Adresse, die passt. Wunderbar. Glückwunsch. Der dritte Teilnehmer. Der dritte Gewinner. Der dritte Gewinner. Schauen wir mal. Ah, das ist gut lesbar. Das ist der Herr Thorsten Geister. Kannst du noch, Anna? Ja, geht noch, ne? Ja, wunderbar. Gut. Dann haben wir als vierten Gewinner die Frau Andrea Plank. So. Gewinner Nummer fünf. Der Herr Raimund Renner. Da haben wir den Ingo Köster. So, also vier Gewinner haben wir noch. Vier Glückliche, die unseren wunderbaren Tischkicker, äh, Tischkicker, genau. Okay. So. Dann haben wir die Daniela Meisenheimer. Wundern uns noch? Noch drei. Genau, genau. Wunderbar. Da haben wir noch mal den Herrn Hannes Lechner. Ja. Gewinner Nummer acht. Michael Florczak. Florczak? Florczak. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aber herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Ich kann noch an den Trainingstisch für den zukünftigen Profi. So. Gewinner Nummer neun. Der vorletzte, Daniel Neff. Und der letzte Gewinner unseres Tischkickers. Da schauen wir mal, wer den noch bekommt. So. Und da haben wir den Herrn Felix Mescher. Unser zehnter und letzter Gewinner. Ja, liebe Teilnehmer. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Tor. Cool. Jawohl. Sehr schön. Super, super. Und wir bedanken uns ganz herzlich. Und seid gespannt, was wir nächstes Jahr als tolle Aktion... Vielen Dank mit Anna. Vielen Dank. Bis demnächst. Ciao. 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 Ciao.